Hallo, ebenfalls Mbottle enthalten ist eine Weiterleitung oder Umleitung zu einer neuen Adresse, zu einer neuen URL mittels Redirect, Klammer auf, in Anführungszeichen dann die neue URL, siehe Zeile 8, ist es möglich zu einer anderen Adresse umzuleiten, sprich HTTP-Statuscode 303. Außerdem wird noch in Zeile 4 zusätzlich die Klasse Redirect importiert. Das heißt, sobald Schrägstrich Hallo aufgerufen wird, die Route, die in Zeile 6 definiert ist, wird weitergeleitet zur Route Schrägstrich Hey, die in Zeile 10 definiert wurde. Und es kommt dann zur Ausgabe Hallo Bottle. Okay, ausprobieren mit Python-App.py und im Browser eingeben HTTP-Doppelpunkt-Schrägstrich-Schrägstrich-Localhost-Doppelpunkt-8080-Schrägstrich-Hallo und so wird dann Schrägstrich-Hey aufgerufen. Genau, mit der Ausgabe Hallo Bottle. Ciao und viel Glück. webber. Untertitelung des ZDF, 2020